Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge wieder mal auf der Landers um. Heute erstmal alleine, vielleicht kommt im späteren Verlauf noch jemand dazu. Wir sind auch gerade im Stream, wir reden ein paar wichtige Sachen, schauen mal was mit reinkommt. Währenddessen werden wir jetzt hier erstmal ein Röntgen sehen. Ich seh grad, erstmal die Zeit noch anpassen. Genau, ich mach mal hier Zeit auf 1. Jetzt brauchen wir bloß erstmal Kalb, bevor wir hier anfangen zu zählen. So. Gott. Moin Gustav, mir geht's gut, kann mich nicht beschweren. Aktuell zumindest. Die ganze Klausurenphase wieder um, also eigentlich alles ganz fit. Was ist mit dem Mais? Ähm, den Mais haben wir schon gehäckselt. Ne, plötzlich müsste auch noch drauf sein. Warum? Kommst du drauf, Justin? Was wird's hier nochmal parken? Bisschen chaotisch hier alles. Genau, Kalk wollte ich streuen. Ähm, gut, da brauchen wir mal noch Kalkstreuer. Ähm, da tun. Beziehungsweise muss man hier. Da tun wir mal Streuer. Weil, jetzt muss ich ganz kurz gucken, was der bei Ben kosten würde. Wenn wir den da mieten würden. LU-Aufträge, Preisliste. Kalken, 2,1 pro Hektar. Wie viel Effekt da sind es? 3, 7, 14. 14 und 7 sind, ähm, 21, 25, 30, 21, 26. Ja, da kannst du wirklich, also mit den Preisen kannst du dir einen eigenen Parkstreuer, glaube ich, kaufen. Ja. Mach das jetzt einfach mal, auch wenn Luca gerade nicht da ist. Großer Aufbau drauf. Neueinheit. Ich glaube, ich nehme ihn so sogar. Sieht zwar ein bisschen scheiße aus, aber ich kaufe nochmal so. Ähm. Genau. So, auf ein neues. Kurz wieder. Genau, zum Thema Landesum, kam ja jetzt auch zwischendrin einmal dieses Hofbau-Video. Was natürlich keinen gejuckt hat, so. Ähm. Es hat jetzt, keine Ahnung, 150 Klicks oder so. Ähm. Wir wollen halt so viele wie möglich erreichen. Und das Hofbau-Video kam halt auch nur, weil, wie vielleicht einige schon gemerkt haben, seit diesem Patch, ähm, funktioniert die Landesum nicht mehr richtig. Wir haben es jetzt hinbekommen, dass die wieder funktioniert. Wenn ihr wollt, können wir da auch gerne mal ein Video zu machen, weil das ist relativ simpel an sich. Also, wenn ihr das haben wolltet. Ich bin so falsch gefahren. Müssen wir mal schauen. Ähm. Kann man noch Kalk. Müssen wir mal schauen. Müssen wir mal schauen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja, aber die Vierfach zieht er noch nicht. Die normale Version fand ich schon geil, weil die halt, die war schon sehr detailreich. Mit der Vierfach ist natürlich jetzt alles nochmal ein bisschen größer und so, bliblablub. Aber dafür ist halt auch der Teil, der jetzt quasi dazugekommen ist, nicht ganz so detailreich wie der Rest von der Karte, der quasi schon vorhanden ist, war, wie auch immer. Ich, ich warte auf zwei Karten und die kommen jetzt im Winter. Auf welche wartest du denn? Die Wehren. Die Wehren. Und nächstes Jahr kommt die Bergisch. Da freu ich mich auch nicht. Die Bergisch Land. Ja. Oh, da hab ich jemanden, alter, der würde sich glaube ich freuen, der wird dreimal ums Zimmer rennen. Soll ich dir mal, uns kommt noch eine. Die Eifler Land. Bergisch Land und Eifler Land sind ja nicht so weit von mir weg. Die Eifler Land sind ja nicht so weit von mir. Die Eifler Land sind ja nicht so weit von mir. Die Eifler Land sind ja nicht so weit von mir. So reach out in love and don't be a stranger. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017